Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem Ankündigungsvideo auf YouTube für das neue Wunschpartner Oratel. Ihr seht, ich habe wieder zwei Muscheln rausgelegt, dann bekommt ihr eine Seelenbotschaft aus den Amor Liebeskarten und ich habe aus dem Lenormand wieder drei Karten für euch gezogen und dann natürlich eine Hauptenergie. Ich finde heute die Legung sehr schön, die war letzte Woche schon wirklich super und leider ist heute wieder nicht das Video in kompletter Länge, weil wir gestern sehr, sehr viel gearbeitet haben am Haus, auch heute. Deshalb ist das Video etwas später, aber ich hoffe trotzdem, dass ihr interessiert seid. Ja, und ihr findet den Link in der Infobox unterhalb von diesem Ankündigungsvideo. Jetzt wünsche ich euch alles Gute und nächste Woche gibt es dann wieder drei Botschaften in voller Länge und bis dahin alles Liebe, euer Micha. Tschüss!